Hallo, guten Tag, wir sind heute in Ziefersheim, in den Weinberg bei Weingut Seybert und Hallo Andreas Seybert. Hallo Gilene, schön dich hier zu sehen. Was machst du heute in den Weinberg? Wir entblättern ein bisschen die Traubenzone, das heißt wir machen Kosmetik für die Trauben, damit die nach einem Regen sehr schnell wieder abtrocknen und hier einfach eine lange Reifezeit genießen können, damit wir im Herbst tolle Trauben ernten können für einen tollen Wein. Und hier gibt es Riesling? Ja, hier gibt es Riesling und das sind Trauben oder werden Trauben für unseren Riesling pur. Unfiltriert, minimals geschwefelt, authentisch durch und durch. Ja, vielleicht können wir das verkosten? Das können wir verkosten. Sehr zum Wohl! Zum Wohl! Du wzwischen! Ich werde Schmutzkort für Zeiss mit deinem Aktuellen. Vielen Dank.